Heute ist der 15.01. und heute wird wieder so ein Video, wo ich von jedem irgendwie alles mache. Los geht's! Lass mich, ich kann das! Oh, kaputt! Als allererstes feiere ich heute ein kleines Jubiläum, denn am 15.11. war es sogar, habe ich dieses Auto gekauft. Peters verunfallten Fokus und heute, wie gesagt, 15.01., zwei Monate später, geht der final auf den Schrott, damit ich wieder ein bisschen Platz vor der Hütte habe. Dann im weiteren Videoverlauf werden wir diesen Kabelbaum, der rechte, dieser wird den Weg in Peters Fokus finden. Das ist der, an dem der Bordcomputer dran ist, unter anderem auch die Windschutzscheibenheizung und auch der Temperaturfühler, sowie natürlich der Wischwasserstandsensor oder zumindest dessen Stecker. Den Sensor muss ich mir noch besorgen. Und zu guter Letzt soll noch ein wenig was von diesem Teilehaufen verschwinden. Den Endschalldämpfer hat vorher Peters Rotor Fokus gehabt, jetzt kommt er wieder an Peters silbernen Fokus ran. Und der Mittelschalldämpfer, der hier liegt, der soll in diesem Video auch noch verbaut werden, denn, wartet, nachdem der blaue, der Park da hinten, in den letzten Monaten immer nur gegeben hat, wird er heute wieder was bekommen, eben diesen Schalldämpfer. Damit gehe ich in winzig kleinen Schritten, was das angeht, endlich mal wieder auf die Hauptuntersuchung zu, denn diese ist seit Juni oder Juli 2018 abgelaufen. Und jetzt sorge ich dafür, dass draußen ein bisschen Platz wird. Ich warte jetzt fix auf jemanden, der ein Zugfahrzeug hat, denn der Fokus steht ja schon auf dem Hänger. Der geht dann in die Presse. Angekoppelt ist und jetzt geht der Bobby auf den Schrotti. Und wieder mal ein unrühmliches Ende für einen in Fokus. So, haben wir das auch erledigt. Tschüss. Heute ist, aufgrund des Wetters, so ein ziemlicher Geigeltag. Nachdem wir den Fokus abgeladen haben, haben wir den Leihhänger wieder abgegeben, sind zu einem Kumpel gefahren, haben uns einen neuen Hänger geholt, waren fix Mittagessen, haben uns jetzt ein Heißgetränk geholt. Und da ich ja heute quasi in nostalgischer Stimmung bin, holen wir jetzt noch ein Auto ab, was ich auch letztes Jahr im November gekauft habe. Es schneit, es schneit, es schneit und ich hasse es wie die Pest. Aber ich hole mir jetzt einen Fokus ab, den ich schon seit Ewigkeiten bezahlt habe. Mich wundert, dass keiner ausgerastet ist und zwar dieser. Vorfacelift, zwei Liter. Hat Sponschaden, hat eine falsche Motorhaube und hat da hinten auch noch eine Delle in der Seitemann. Juckt mich aber alles nicht, die sind zwei Liter. Ja, jetzt bin ich aber positiv überrascht. Die Kiste, wie gesagt, irgendwann am 24.11. letztes Jahr gekauft. Heute ist der 15.1. Schlüssel rein, Schlüssel rumgedreht, Auto springt an. Fokus 1, bestes Auto im Winter. Die Kiste ist zuverlässig. Was gibt es zu sagen? Es ist ein Trend. Er hat gegen die Trendmanier einen Aufpreishaken gesetzt bei vier Fensterhebern. Er hat sich gerade selber aufgesperrt. Krankheit 1er Fokus. Er hat einen Sonnenblendkeil, ansonsten hat er keine irgendwelche Zusatzausstattung. Er hat Vialus und er hat ein mega geiles JVC-Radio. Wir laden das Ding jetzt fix auf den Hänger auf, bringen das Ding in meine Halle und was ich dann dort damit mache, weiß ich noch nicht. Ankunft in der Halle und der rote steht, wie ihr gerade gesehen habt, auf der Bühne. Bevor wir von unten unter das Auto schauen, schauen wir natürlich erstmal ins Auto. Ich glaube, ich war vorhin ein bisschen überschwänglich, weil ich mich wirklich gefreut habe, dass, obwohl wir eine Ersatzbatterie dabei haben, wir bei dem Regenwetter keine Ersatzbatterie einbauen mussten. So sieht das ganze Stück aus. Vom Zustand her innen gar nicht mal allzu schlecht. Was auffällt, ist, dass der Schaltschnauf fehlt oder zumindest dessen Deckel. Aber immer wenn ich so ein Auto kaufe, schaue ich in alle Ritzen, in alle Ecken, einfach weil ich es cool finde, was manche Leute beim Autoverkauf im Auto liegen lassen, warum auch immer sie das tun. Außerdem gucke ich natürlich, ob die Elektrik wenigstens halbwegs funktioniert. Deswegen hier, elektrische Spiegel hat er keine, aber hier Fensterheber. Gucken wir erstmal, ob die funktionieren. Die Funk-ZV funktioniert nicht. Okay, hinten rechts geht nicht. Aber hinten links geht und alle anderen, oder die restlichen drei gehen auch. Machen wir hier wieder aus. Radio funktioniert auch. Für mich, wie in einem der letzten Videos gesehen, ganz, ganz wichtig. Dann habe ich gerade schon mal ohne euch geschaut. Keine Ahnung, warum man sowas im Auto lassen muss. Es steht Brembo auf der Kiste. Ich gehe erstmal davon aus, dass das auch halbwegs namenhafte Bremsscheiben sind. Sind für die Hinterachse. Erkennt man daran, dass sie nicht belüftet sind. Außerdem gab es hier noch ein Radio dazu. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich guck mal, wie immer hier runter. Sieht sauber aus. Und da haben wir doch schon Geld gefunden. Eine Mark. Die Älteren unter euch werden sie noch kennen. Oh Gott, die liegt schon länger hier, so fest wie die ist. Ich glaube, hier liegt auch noch Geld. Wie viel haben wir hier? Guck an, haben wir schon wieder 40 Cent vom Kaufpreis rausgeholt. Super Sache. Hier, nichts. Da auch nichts. Drüben habe ich vorhin schon reingeschaut. Auch nichts. Gucken wir nochmal in den Kofferraum. Der lässt sich ohne Probleme öffnen. Ah ja, da ist das vierte Rad. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt gucken wir mal unter den Fokus. Hauptuntersuchung ist schon abgelaufen. Seit, ich glaube, Oktober 2018. Was auch für den letzten Verkäufer der Grund des Verkaufs war. Ich habe ein bisschen für euch vorgespult. Quintessenz des Ganzen. Vorderachse, durchgerostet. Hinterachse, alle Büchsen verschlüssen. Aber der Kaufgrund Nummer 1, oder genauer gesagt der einzige Kaufgrund, war ja der Motor. Und der ist total trocken. Sehr gut. Heißt für mich, Motor ausbauen. Rest geht auf die Halte, wo jetzt auch gerade der andere rote Focus hinging. Natürlich werde ich mir aber trotzdem noch zwei, drei andere Teile vom roten ausbauen. Unter anderem die Scheiben. Denn, das ist mein ST-70. Und der hat so unheimlich dunkle Scheiben, dass es a. nicht zulässig ist. Und b. dass man im Dunkeln gar nichts sieht. Also nicht wenig, sondern gar nichts. Deswegen werde ich mir aus dem hier die Scheiben ausbauen und in den ST stopfen. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum nicht einfach die Folie runterreißen. Das habe ich, Tatsache, ich zeige es euch einfach schnell, beim ST versucht. Zumindest an der hinteren Scheibe. Das Problem ist, ganz einfach, dass nur die Folie runterging, die Tönung aber immer noch drauf blieb. Ich habe danach versucht, mit Bremsenreiniger und diversen Haushaltsmitteln und Chemie, die restliche Tönungsfolie, oder nur noch die Tönung von der Scheibe zu kratzen. Das hat mich über eine Stunde gebraucht, dafür, dass ich nur diesen und diesen Bereich, also quasi zwei Heizdrahtbreiten, die Folie entfernt habe. Dauert mir einfach zu lange. Deswegen, ich baue mir hier sämtliche Scheiben aus. An der Seite, die und auch die gegenüber sind nur gesteckt und geschraubt. Kein Problem. Hinten werde ich sie wahrscheinlich runterschneiden. Außerdem, beim ST geht die Heckscheibenheizung nicht. Was ich sonst noch brauche, wird sich im Zuge der Schlachtung zeigen, denn eigentlich ist die Karosserie noch in einem relativ guten Zustand. Um die ist es eigentlich fast ein bisschen schade. Aber was soll es? Genug gelabert. Jetzt kommt die Kiste wieder raus. Dann hole ich mir meinen blauen Editionsfokus rein und werde noch diesen Mittelschalldämpfer verbauen. Damit der blaue Fokus mal wieder ein bisschen ruhiger wird. Und wie gerade erwähnt, der bräuchte eigentlich auch mal wieder einen TÜV. Da das Flexrohr unter dem blauen Editionsfokus, das obere hier, nicht mehr schön war, es hat das ganze Drahtgeflecht herum gefehlt, habe ich das jetzt auch noch ausgebaut und baue das gute, alte, gebrauchte Flexrohr von Peter ein, damit das Ganze später auch wieder gut für den TÜV ausschaut. Flexrohr verbaut und auch die restliche Abgasanlage bis zum Endschalldämpfer. Der fehlt noch. Da habe ich glaube ich momentan nichts mehr da. Macht aber nichts, wird sich auch noch anfinden. Und jetzt werde ich, da der Fokus angemeldet ist, auch wenn der TÜV seit ein paar Monaten abgelaufen ist, mal eine kleine Runde drehen. Zum ersten Mal seit, ich schätze, sieben oder acht Monaten mal wieder im blauen Dreitür. Dicht geht aus. Wir machen es an, damit ihr mich weiter seht. Als allererstes fahre ich jetzt erstmal fix zur Tankstelle, denn nach dem Wechsel des Tanks haben wir ja nur drei oder vier Liter reingekippt. Auspuff ist semi laut, aber auch nicht semi leise. Ich fahre einfach mal ganz gemütlich eine Runde, mach wie gesagt ein bisschen Sprit rein und dann war es das auch vorsichtshalber für heute, weil ich will es ja nicht übertreiben. Donnerstag, der 13. hoffentlich geht heute nichts schief. Dann ist der Peter wieder dabei und da Tatsache einige gefragt haben, die Leute, die mit mir im Video sind, dürfen reden, die wollen aber halt nicht. So, heute, Peters Fokus wieder da, heute Teil 2 von Kabelsalat. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir das Armaturenbrett rausgeholt haben, um den Bordcomputer im Innenraum vorzuverkabeln. Heute wechseln wir im Motorraum den Licht- und ABS-Kabelbaum, an dem auch der Bordcomputer hängt. Außerdem sind jede Menge Kisten für den Peter gekommen, vier an der Zahl, da gucken wir jetzt als allererstes mal rein. Das ist also jetzt quasi so ein neudeutschen Unboxing. Uh, fancy. Paket Nummer 1. Schauen, was hier drin ist. Also ich ahne schon, was drin ist. Der Peter weiß es nicht. Ich habe den ganzen Rumpel für ihn bestellt. Und das waren alles noch Sachen, die wir vor Autokauf ausgemacht haben. Also für euch zum Verständnis. Das Auto habe ich ursprünglich für jemand anderen gekauft. Der hat dann aber kurzfristig ein anderes Auto gebraucht, weswegen der Silberne Turnier frei wurde. Bevor der Silberne Turnier frei wurde, hatte allerdings Peter schon ein Auge auf den Turnier gerufen, weil sein roter Kombi ja kaputt war. Letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm ein Angebot gemacht von Auto inklusive Tieferlegung, inklusive einiger Sachen, die sich Peter gewünscht hat. Wir sind übereingekommen. Und in dieser Serie, nenne ich es jetzt einfach mal, zeigen wir euch jetzt quasi, wie Peter und ich zusammen Peters Wunschfokus zusammenbauen. Und genau hier ist das drin, was ich mir gedacht habe. Das ist etwas, was Peter wollte. Damit er mal einen heißen Arsch hat. Eine Sitzheizung. Das Ganze ist aus dem Zubehör. Ist, glaube ich, dreistufig. Zwei-Stufe steht hier. Muss ich nochmal gucken. Ich bin mir eigentlich auch dreistufig bestellt. Mal schauen. Dann haben wir hier in der Box, da habe ich gestern schon reingeschaut. Peters Fokus hat das Problem, dass hin und wieder sein Tachauer ausfällt, was dem VSS oder dem Vehicle Speed Sensor geschuldet ist. Wo das Ding sitzt, zeige ich euch später. Das Ding ist bekannt dafür, beim Fokus kaputt zu gehen. Deswegen haben wir den einmal neu bestellt. Eigentlich wäre das eine Arbeit, die man mit hätte erledigen können, als das Getriebe komplett draußen war. Dadurch, dass der Fokus aber eine komplett nichtgängige Kupplung hatte, bin ich mit dem Fokus nie Probe gefahren. Konnte dieses Problem also nicht feststellen. Jetzt habe ich die Arschkarte. Jetzt muss ich es halt im eingebauten Zustand machen. So, dann haben wir hier noch was. Ach, das ist tatsache was für mich. Ich habe seit knapp zwei Wochen an meinem silbernen Kombi Klonggeräusche von der Hinterachse. Ich hatte neulich mal auf der Hebebühne festgestellt, dass beide Koppelstangen weggerostet sind. Gibt es jetzt zwei neue. Machen wir in einem separaten Video oder wenn ich keine Lust habe. Und dann ist noch was Cooles da. Das hat sich der Peter gewünscht und ich auch, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. Und ja, ich habe gleich ein paar mehr bestellt. Falls ihr also noch einen Satz braucht, könnt ihr euch an mich wenden. Kleine Kokainpäckchen. Kokainum. Wahrscheinlich mehr verpacken wir als das Ganze wert ist, aber hey. Und zwar... So was. Das sind die Blinkergläser für die Faceliftscheinwerfer, aber in, wie ihr seht, transparent und nicht orange. Und ja, im Zuge der Vorverkabelung, die wir heute reinbauen, bekommt Peter später auch noch die Faceliftscheinwerfer, weil sie ihm besser gefallen und weil auch die Lichtausbeute mit getrennten Birnen deutlich besser ist. So, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Jetzt fangen wir an. Beziehungsweise wir haben es jetzt gleich um 12. Wir gehen jetzt erst mal Mittagessen. Das muss ja auch erledigt werden. Los geht's im Motorraum. Wir müssen den Kabelbaum komplett wechseln. Das bedeutet, dieser Kasten und alles, was dran hängt, muss raus. Das heißt wiederum im Umkehrschluss, hier vorne muss alles ab. Scheinwerfer raus. Frontmaske komplett raus. Also dieses Teil. Stoßstange sowieso, etc., etc. Kommt uns natürlich sehr entgegen, denn wir müssen auch vorne, da unter der Pflaume, noch das Motorhaubenschloss wechseln, damit der Peter zum Schluss ein einheitliches Schließsystem im ganzen Auto hat. Das wird uns jetzt, denke ich mal, circa eine Stunde lang kosten und danach, also danach haben wir wirklich Mittagessen. Eigentlich würde es vollkommen zureichen, die fehlenden Kabel nachzuziehen. Also in Peters Fall die Außentemperatur und auch für den Wischwasserstandsanzeiger. Aber, da ich nicht weiß, was in Peters Sicherungskasten vorverkabelt ist, tauschen wir alles. Prinzipiell ist der Kabelbaum, der hier verbaut ist, ein bisschen merkwürdig, denn er hat eine Frontscheibenheizung, was eigentlich immer heißt, dass er auch eine Außentemperatursensor-Vorverkabelung hat. Aber es ist, wie gesagt, ein 01er Facelift-Vor-Facelift-Hybrid. Deswegen, denke ich mal, Ford hat hier so ein bisschen Reste-Rampe gespielt. Peter macht jetzt im Innenrathaus die beiden Kompaktstecker-Locker, die er aus dem letzten Video kennt, den braunen und den schwarzen. Das sind die Verbindungsstellen zwischen Außen- und Innenkabelbaum. Danach, ich habe hier drüben schon den ABS-Sensor abgemacht. Der bammelt da um. Danach gehen wir unter das Auto. Ihr habt bei den Scheinwerfern eine ominöse Schraube, diese jene welche, diese sichert den Scheinwerfer von unten, die muss auch mit raus, weil der komplette Scheinwerfer rausmiss. Unten haben wir das abgemacht, jetzt bauen wir hier oben alles weg. Grill, Luftführung, Scheinwerfer und zum Schluss den kompletten Schlussträger. Um die komplette Frontmaske wegzunehmen, braucht es nicht viel. Schraube 1, Schraube 2, Schraube 3, Schraube 4 und dann habt ihr hier von der Unterseite auch noch eine Schraube, die den Kotflügel verbindet. Haben wir hier schon abgemacht. Danach habt ihr hier 1, 2 und da hinten Nummer 3. Drüben haargenau dasselbe. Und dann könnt ihr die komplette Frontmaske nach vorne wegziehen. Das machen wir jetzt auch. Vorne ist alles raus und wir haben das gemacht, weil wir an dieses Kabelpaket kommen müssen. Wir fangen jetzt von der Beifahrerseite an, den ganzen Kabelbaum in die Richtung zu ziehen und letztendlich holen wir ihn dann nach vorne raus. Dazu muss noch dieses Behältnis, der Überlaufbehälter für die Kühlflüssigkeit weg, denn unter ihm läuft die Leitung fürs ABS lang. Als nächstes müssen wir an den Kabelstrang ran. Der Kabelstrang sorgt dafür, dass die heizbare Frontscheibe mit Strom versorgt wird. Einmal auf der Seite, einmal da hinten. Um an den Kabelstrang ranzukommen, muss aber der Windlauf weg. Und bevor der Windlauf weg kann, müssen vor allen Dingen die Scheibenwischer weg. Wenn wir das geschafft haben, gehen wir endlich essen, weil das sage ich jetzt irgendwie zum dritten Mal und das schon seit einer Stunde. Nasen reindrücken, dann springt der Windlauf nach oben. Und wir haben ein riesengroßes Problem. Und zwar haben wir folgendes, ja, ich will es nicht Problem nennen, aber Ungereintheit. Das ganze Fahrzeug, der komplette Fokus ist ein Vor-Facelift. Dementsprechend dachte ich, dass auch hier vorne der Licht- und ABS-Kabelbaum Vor-Facelift ist. Ist er aber nicht. Ganz einfach daran zu erkennen. Und den Schuh muss ich mir anziehen, denn ich habe es leider nicht gesehen, weil ich einfach nicht davon ausgegangen bin. Das ist der Sicherungskasten im Motorraum. Und dieses Kabel, was da oben reingeht, ist einmal für die Frontscheibenheizung, der Flachstecker und unter dieser Abdeckung der Anschluss für den Scheibenwischermotor. Der Scheibenwischermotor ist okay, das ist auch gar kein Problem, aber der Unterschied zwischen Facelift und Vor-Facelift-Frontscheibenheizung ist gravierend. Beim Vor-Facelift geht das Kabel für die Frontscheibenheizung einmal dahin und dann unterm kompletten Kasten lang darüber. Das heißt, auf der einen Seite geht Strom rein, auf der anderen Seite liegt Masse. Beim Facelift haben sie das zentral gelöst. Also ja, im Umkehrschluss, auch die Frontscheiben sind anders. Das wusste ich auch. Aber wir haben jetzt das Problem, der alte Kabelbaum, der aus dem roten Fokus von ehemals Peter kam, ist ein Vor-Facelift und hat diesen Stecker. Das ist quasi Masse und dann ist das das Stromkabel, was normalerweise da drüben liegt. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Bücher gewälzt und Kabelpläne studiert. Der einzige Unterschied, den es gibt, ist Position. Das heißt, die Sicherungskästen sind komplett gleich, es ist alles andere auch haargenau gleich. Deswegen machen wir jetzt Nägel mit Köpfen. Hier am Stecker machen wir einmal Schnipp und einmal Schnapp. Dann kommt der komplett neue Kabelbaum rein, der nachweislich vor Facelift ist. Und dann verlängern wir einfach die Kabel, beziehungsweise wir brauchen ja nur ein Kabel, verlängern und löten das Ganze mit dem roten Kabelbaum, mit dem Kabelbaum, der hier verbaut ist, wieder zusammen. Sollte funktionieren. Ich sehe keinen Grund, warum es das nicht tun sollte. Trotzdem für mich ziemlich blöd, weil eigentlich soll das Ganze Plug and Play sein. Denn es ist halt ein Hybrid-Fokus. Darauf bin ich, glaube ich, im ersten Video, wo ich das Auto vorgestellt habe, schon mal eingegangen. Für mich auch ein erstes Mal. Aber hey, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Deswegen, wir reißen jetzt weiterhin den kompletten alten Kabelbaum raus. Danach gehen wir, ich sage es jetzt zum vierten Mal. Zum vierten Mal. Zum vierten Mal. Danach gehen wir erst mal essen. Wir haben es jetzt gerade geschafft, endlich Mittagessen gewesen zu sein. Jetzt haben wir hier gerade einen kleinen Probelauf gemacht. Alles funktioniert. Lampen, Blinker, Lüftersteuerung, Scheibenmischer funktioniert auch. Und wir waren zwischenzeitlich noch fix bei Ford, um einen neuen Innenraumfilter für da zu besorgen. Den bauen wir jetzt auch rein. Und danach werden wir wahrscheinlich vorne erst mal die ganze Hütte wieder zumachen. Denn ich habe, das Ganze hat deutlich länger gedauert, weil wir wegen den Kabelbäumen schauen mussten. Zweimal alles einbauen mussten. Zwecks schauen, ob alles funktioniert. Massives Zeitproblem. Deswegen planen erst mal für heute. Der Peter ist da hinten. Der baut gerade seine Schließanlage um. Ich baue jetzt hier alle Kabel wieder so ein, wie sie reingehören, dass das ganze Auto erst mal wieder fahrfähig ist. Wir wechseln natürlich den Innenraumfilter gleich noch mit. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir letztendlich heute noch haben. Alles, was natürlich heute nicht gemacht wird, mache ich dann irgendwann später. Fertig. Endlich. Das Schlimmste an der Sache für mich, es sieht genauso aus wie vorher und effektiv der einzige Unterschied zu dem Zeitpunkt oder zum Zustand, wie der Fokus hinter mir heute früh in die Halle gerollt ist, dass er jetzt einen Außentemperatursensor hat und damit auch die Temperatur weiß. Wuhu. Das Ganze hat, ich schätze mal, insgesamt jetzt doppelt so lange gebraucht, wie ich eigentlich gehofft habe. Weswegen Peter auch schon zu Hause ist, weil der hat ja auch eine Familie. Ich war noch hier, habe das Auto fertig gemacht und jetzt treffe ich mich mit Peter, damit wir das Ganze zurücktauschen können. Denn er ist gerade in meinem ST unterwegs, so kann ich hier auch gleich noch eine Probefahrt machen. Auch an dieser Stelle bedanke ich mich wieder, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Wenn ihr noch 2-3 Sekunden habt, lasst mir gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wo es wahrscheinlich auch wieder an den Kollegen geht. Mal schauen, was wir dann mit ihm einstellen. Okay. Tschüss.